Hallo! Sorry, dass wir uns nicht melden. Erstens Ladekabel und zweitens hatten wir eh keine Zeit. Ich weiß, wir hatten Fernwehren, aber... Ja, und es gibt jetzt drei Monate, also letzten Monat diesen. Und im Juli, also Mai, Juni, Juli, kein Schattenstapel-Update, weil ich hab jetzt bis ein Manga im letzten Monat gekauft und es ist halt... Nee, kein Video. Und ja, ausgeregt und gerät. Wir waren auch nicht auf dem Japan-Tag und deshalb möchte ich zwei Monate nach München und da ist noch mal ein Japan-Tag. Und ja, sorry, sei uns jetzt nicht böse und ja, das war meine kleine Info. Das war's live. Das war's live. Das war's live in Showtime.